Hola Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu diesem Video. Bei diesem Video gibt es mal wieder ein Update zu School. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, ich habe dazu auch schon Videos gemacht, habe ich vor etwa vier Monaten mit der Plattform School gestartet, um dort eine Community aufzubauen. Die Kurzversion ist, ich bin fest davon überzeugt, dass auf Social Media die Reichweiten immer weiter nach unten gehen werden, dass auch die Interaktion zurückgehen wird. Also ich kann es mir unmöglich vorstellen, dass in der Zukunft die Interaktion unter den Kanälen steigen wird. Schon gar nicht bei kleineren Accounts, die werden es immer schwieriger haben, eine Community aufzubauen. Das geht für mich nicht mehr auf Social Media und da sehe ich eben School bzw. auch vielleicht eine Facebook-Gruppe oder einen Discord-Server oder was auch immer, als so das neue Social Media, also wieder dieses Community-Building wie früher in Foren. Und ich habe mich eben für die Plattform School entschlossen, habe da wie gesagt auch schon Videos dazu gemacht und in diesem Video gebe ich mir selbst mal ein kleines Update. Das ist ja mehr oder weniger mein Tagebuch-Kanal bzw. will ich euch ein kleines Update geben. Also in der Zwischenzeit sind viele Communities dazugekommen. Gerade auch auf School und in diesem Video soll es im Schwerpunkt um School gehen. Das heißt, einige haben schon auch über mich eine Community gegründet. Wer über mich eine Community gründet, die lade ich dann nochmal ein in so einen Telegram-Kanal, wo wir uns nochmal untereinander austauschen über School, wenn wir was rausfinden usw. Und das dürften in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch schon so 13, 14 Communities sein, die gegründet wurden. Man bekommt ja immer 40% ungefähr. Also ich glaube, es bleiben 37 Dollar hängen oder so. Ihr könnt euch ausrechnen, was da im Moment passiv reinkommt. Damit finanziere ich zwar noch nicht mein Unternehmen und das steht auch nicht an erster Stelle. Aber ja, ich will damit einfach nur sagen, es haben schon einige jetzt auf School eine Plattform gegründet und finden es auch geil. Und ich bin auch in den ihren Communities. Also da ist einiges passiert. Ihr seht es auch hier oben zum Beispiel, in welchen Communities ich überall drin bin. Das sind jetzt die, die ich mir aktuell alle gerade so ein bisschen auf dem Schirm habe. Das sind schon einige. Und dann seht ihr auch in meiner Gratis-Community, wie viele da inzwischen aktuell reingekommen sind. Das sind 937 Personen von euch. Ich muss direkt dazu sagen, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Denn ab einer gewissen Größe ist das schwierig, das Ganze noch als Community zu bezeichnen. Also es ist eine Community, der Austausch ist da. Ich zeige euch da auch gleich ein paar Zahlen. Aber in der Regel empfehle ich, eine Community in der Größe zu halten, 50 bis 300 Leute. Das ist schon geil. Da kennt sich dann auch mit der Zeit irgendwann jeder. Also knapp 1000 Leute ist schon viel. Ich habe das jetzt für mich so quasi definiert oder gelöst oder festgelegt, dass diese Hollywood-on-Stage-Community quasi wie so eine kleine Plattform ist, die man erkunden kann, bevor man vielleicht in eine weitere Community von mir rein will. Hollywood-on-Stage ist einfach für alle da. Da kann man sich austauschen. Und von da aus geht es dann weiter in kleinere Gruppen, wo es dann ein bisschen intensiver zugeht. Und in der Zwischenzeit habe ich jetzt vier Communities, also für die ich auch bezahle. Wir haben einmal Hollywood-on-Stage. Wir haben einen Inner Circle. Das ist ein Jahresprogramm für 10.000 Euro. Da sind jetzt aktuell 22 Leute drin, aber allerdings mein Team auch, also etwa 15 Teilnehmer. Dann haben wir hier noch meine Academy-Programm, das läuft. Und dann haben wir jetzt ein relativ neues Projekt, wo ich erkläre, wie man eine Community aufbaut. Da sind jetzt 113 Menschen drin. Diese Community kostet 45 Euro im Monat. Und das ist das Prinzip, was ich gerade so verfolge. Also meine erste Absicht war, ich gründe eine Gratis-Community, wo ich einfach nur gebe. Ich denke nicht ans Geld. Und bei dieser Gratis-Community bewerbe ich auch ganz, ganz selten meine eigenen Dienstleistungen oder meine eigenen Produkte. An erster Stelle steht die Community für den Austausch. Ich gebe euch da nochmal ein Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Minuten gerade ein Video hochgeladen zum Thema PowerNap. Das ist ein sehr exklusives Video. Also das zeige ich sonst nirgends. Und da gebe ich so eine Vorlage. Leute, lasst uns mal austauschen, bitte zum Thema PowerNap. Und da kommen jetzt schon die ersten Anmerkungen rein. Und mein Anliegen ist es, selbst zu lernen. Also ich stehe in dieser Community nicht an der ersten Stelle. Ich führe die nur, ich liefere Steilvorlagen, aber ich will selbst lernen. Von allen Mitgliedern, die da drin sind. Wir haben unterschiedliche Menschen drin. Das ist meine Absicht. Gehen wir mal in die zweite Community. In die Community-Aufbau-Community. Und da seht ihr zum Beispiel jetzt, wenn ich in die Settings gehe, dass hier schon von einem Monthly Revenue, also das ist der monatliche Verdienst, der liegt jetzt schon bei 4.500 Euro. Auch das steht nicht unbedingt an erster Stelle. An erster Stelle steht das Projekt. Aber es ist ganz klar ein kommerzielles Projekt. Aber jetzt so nach knapp vier Monaten habe ich jetzt auch eine Community, wo jeder eben diese 45 Euro zahlt. Man kann sich austauschen. Ich begleite die Leute. Wir treffen uns regelmäßig online und so weiter. Und ihr seht, das bringt schon mal 4.500 Euro rein. Dann muss man noch dazu zählen, dass eben einige über mich eine Community gegründet haben. Also ich würde sagen, zum heutigen Stand der Dinge. Weil wie gesagt, dieses monatliche System, da kann es sein, dass nächsten Monat wieder welche rausgehen. Aber ich würde sagen, ich bin so bei 5.500 Euro, was monatlich reinkommt. Und Zeitinvest, also ich investiere gerade viel Zeit, weil ich einfach so viel Bock drauf habe, von euch allen zu lernen. Das ist wirklich so. Aber ein Zeitinvest, also ein, zwei Stunden in der Woche, würde eigentlich fast reichen. Also das ist ja das Schöne. Die Community führt sich ja von alleine. Also das kostet dann irgendwann nicht mehr so viel Zeit. Allerdings, sage ich euch ganz ehrlich, geht das nur, wenn man nicht in Social Media denkt. Und das ist die größte Challenge und das ist auch wirklich ein Problem. Viele gründen eine Community, auch auf School und sie denken ans Geld. Man denkt ganz klar, 99 Euro zahle ich jetzt für diese Community. Das muss ich schnell wieder einspielen. Und dann wird da Werbung reingeballert. Eine Community wird als Funnel genutzt. Und man denkt eigentlich nur ans Geld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich zahle jetzt 400 Euro im Monat. Natürlich neige ich auch dazu, ans Geld zu denken. Und ich habe ja die erste bezahlte Community. Aber die ersten drei Monate habe ich nicht ans Geld gedacht. Ich habe mir einfach gedacht, guck mal, ich zahle 99 Euro oder 200 Euro im Monat. Und was habe ich davon? Und was man davon hat, ist nicht immer Geld. Man hat ja auch oft etwas davon, indem man selbst lernt. Also was da in der Community schon Tipps gefallen sind, wenn man sich die Kommentare durchliest, man kann netzwerken. Das ist so viel mehr wert, wie ein Videotraining zu verkaufen oder gebucht zu werden. Das heißt, wir bezahlen doch auch offline da mal 100 Euro, um was davon zu haben. Wir bezahlen da, kaufen wir uns Bücher, da kaufen wir uns einen Kurs. Warum muss man jetzt bei einer Community, wenn man sie gründet und bringt Menschen zusammen, warum muss man immer wirtschaftlich profitieren? Wie viele Bücher lesen wir und wissen auch nicht, ob es jetzt wirtschaftlich direkt etwas bringt. Und das ist noch so eine Denkweise. Viele gründen eine Community, gerade auf School und denken dann, jetzt muss ich unbedingt Geld verdienen. Aber man kann ja auch anderweitig davon profitieren. Also ich profitiere unheimlich viel von den Learnings, was ich mir alles schon notiert habe. Apps wurden empfohlen, Vorgehensweisen, ich konnte weiter recherchieren, ich konnte nachfragen. Ich habe gefragt, wie meinst du das genau? Also ihr seht es ja auch, was ich dort kommentiere. Schaut es euch einfach mal an. Es ist der Wahnsinn. Also ich bin super happy. Natürlich gibt es auch so ein paar Dinge, die ich noch bei School vermisse. Es gibt keine interne Livestreaming-Möglichkeit. Es gibt jetzt keine Audionachrichten, wo es vielleicht auch ganz gut ist, dass es nicht so ist. Ansonsten wird es richtig wild. Mit der Rechnungsstellung, man muss sich in jede Community einloggen, um dann die Rechnung zu finden. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, gut, die Plattform, die steht noch relativ am Anfang. Da passiert mit Sicherheit auch noch einiges. Aber ich bin mega zufrieden. Also ich habe noch nie so viel Spaß gehabt wieder auf Social Media. Und für mich ist das das neue Social Media. Ich habe noch nie, wirklich schon nie, naja, schon viele Jahre nicht mehr so viel Spaß gehabt. Und das ist auch der Grund, warum ich vielleicht auf Instagram und so weiter gerade nicht mehr so viel poste. Weil es hier einfach abgeht. Das ist einfach nur geil. Und ihr seht ja auch, ich bin in anderen Communities aktiv. Es ist nicht so, dass ich, naja, nur weil ich meine eigenen Communities habe. Ich bin auch in anderen Communities aktiv. Ich bin bei anderen Communities im Leaderboard weit vorne, weil ich so aktiv bin, weil es einfach Spaß macht. Und das ist heute Stand der Dinge. Also das Video habe ich aufgenommen am 12. Oktober. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wohin die Reise da geht. Also heute Morgen hatte ich ein Team-Meeting und habe gesagt, Leute, ich werde da jetzt noch ein, zwei Monate da sehr aktiv sein, weil ich spüre, wie viele Türen sich da öffnen können. Und ich habe so viele Ideen, ich kann es gerade gar nicht kontrollieren, weil das wie so was Neues wieder ist, was Neues, Altes. Ich hatte ja früher schon zwei Foren und das ist wieder so. Und das ist, es macht Spaß, es ist geil. Und so viele neue Möglichkeiten, auch so viele neue Verdienstmöglichkeiten, wo alle gewinnen. Und das ist der Hammer. Und in der Zukunft, gerade so als Coach, geht es eh nicht mehr nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern Menschen zusammenbringen, die viel wissen, die Erfahrungen gemeinsam zu teilen, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und das fühlt sich so richtiger und das fühlt sich so geil an. Unser Slogan übrigens lautet Community First. Der kam auch geil zugeflogen irgendwie. Ja, also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich wollte einfach mal ein kleines Update reinbringen. Und wenn noch irgendwie Fragen sind oder wenn ihr Feedback habt oder Anmerkungen habt, gerne unter dieses Video. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der Zukunft.